Herzlich Willkommen zurück zu Wing Commander Saga und ich habe jetzt hier den Hotkey in OBS konfiguriert. Ich kann meine Fratze beim Zocken an und abschalten hier und dann ist sie demnächst auch nicht mehr im Weg, wenn es darum geht, dass wir hier Text haben. Möchte ja auch wenn ich das nicht alles vorlese oder dergleichen, möchte es ja trotzdem wenigstens gezeigt haben. Das hat mir zuletzt nicht so gefallen. Daran haben wir gearbeitet und jo. Mein Joystick wieder vor mir hier und dran und so. Ja, wie sich das gehört. Wing Commander spielt mal am besten mit Joystick und ab geht's ja. Einfachen Buoyen, die die Jim Bowie deployen, haben die Signale von Kilrathi-Gruppen auf die andere Systeme gebracht. Entweder, ob sie von einem anderen System passen, oder von der Basis in Loki 6 sind, wir müssen sicher, dass sie nicht die Jump-Points von hier abhauen. Ich, Sandman, Ninja, und Assassin werden Alpha. Foxtrot-Wing, von der Bloodhound-Squadron, wird auch mit uns joinen. Wir gehen auf eine Such-and-Destroy durch NABs 1, 2, und 3. Wenn wir nachdenken, die Gym-Bowie werden ihre Transmission verabschieden, damit sie keinen Wort haben. Aber, all die Jamming-Equipment in der Universität nicht so gut tun, wenn ein einziger Kilrathi-Fighter erläutert. Also lasst niemanden leben. Als wir fertig sind, werden wir nach Hermes zurück. Rennen. Zack, da ist er, der Pilot. Auf geht's. Ja, passt auch wunderbar rein in meine Webcam da jetzt. Wie kriege ich denn jetzt die... Womit muss ich denn eine Autopilot-Verbindung machen? Mit dem Tank hier? Oh. Ich bin mit der Steuerung hier immer noch nicht so ganz warm. Wink-Kommander 3 und Wink-Kommander 4 könnte ich hier sofort volle Granate abagieren. Kein Ding. Aber das ist alles noch so ein bisschen hm. Es wäre halt cool, wenn man das, sobald es geht, halt vielleicht irgendwie anpassen könnte, dass es da einen klassischen Steuerungsmodus gibt weitestgehend. Und viel habe ich ja eigentlich nicht eingestellt, wie ich finde. Eine gute Kombination davon. Also wenn es nur um Einstellungen geht, da kann man sicherlich mal was machen. Oh sport. Oh crap. Oh. Uh. Ahem. Welche Corvette? Dampffreier. Achso, ich habe ja eine mit. Okay. Könnte ich die einfach so abdrücken, ja? Okay. 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 Hingejuckt, dann habe ich doch glatt so ein Dings verloren, um Raketen abzuwehren. Ihr wisst, was ich meine. Gegen den Knopf gekommen bin. Boom. Boom. ja weiter geht's Wir versuchen den Trupp-Transport. Die Sandman-Ninja und Transporte sind auf der Jump-Point. Sie können ihre Engines ausziehen. Got it. Sie können die größten, die wir ausziehen. Die letzte, die die Engines ausziehen. Sucks. Ja, das klappt hier. Ja, das war schon kurz vorm Jump Point. War ich bestimmt zu langsam jetzt, oder? Ach, shit. Ja, mal gucken, ob wir den wenigstens kriegen. Ah, sieht so aus, ne? Also, sekundär Zähler hat diesmal nicht geklappt, da war ich wohl zu langsam, nehme ich jedenfalls das Mann, no? Hm, 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 hm. Ja, das sieht aus wie ein Relativ-Darkett hat. Copy das. All fighters, you are clear to engage. Okay. 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 Ich kriege Abschusszahlen. Okay. So how about. Okay. его Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja gut, aber solange das Hauptziel nicht verfehlt ist, ist ja auch alles noch cool hier. Ja gut, aber solange das Hauptziel nicht verfehlt. Dann können sie nämlich gleich nicht mehr flüchten hier, aber schön auf die Triebwerke. Okay. 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 Boom. However, Das war's für heute. Gut, gut. Dann ab nach Hause, würde ich sagen. Gut, gut, gut. Und nicht nur das. Schau mal die Konfed-Lifte, die ihr geschautet habt, durch die Einwohnern. Ihr habt eine Beleidung für landen. Es ist gut, dass sie die Huncher sein und nicht die Huncher sind, ist es? Ja. Und dann möchte ich meinen, ähm, sehen wir uns in der nächsten Folge, ne? Bis dann!